Hallo ihr Lieben, heute melden wir uns von dem wunderschönen Gebiet bei der Alm und wir sind am fließenden Wasser und was passt da besser als eine kleine Vinyasa, die wir euch heute mitgeben möchten. Vielleicht magst du das zu Hause mitmachen. Gut, dann komm in dein Kind auf deine Matte und lass den Atem fließen, wie ein paar Atemzüge ganz tief ein und aus. Spür, wie sich dein Atem ausdehnt und ausatmend, lass alles los, was vielleicht jetzt du nicht mehr brauchst. Vielleicht atmest du auch das Wirbeln und Schütteln im Außen ab. Und mit deinem Einatmen holst du dir frische, neue Lebensenergie. Prana zu dir. Und lass uns den Atem jetzt mit der Bewegung verbinden. Mit der nächsten Einatmung komm Wirbel für Wirbel hoch in einen Vierfüßlerstand. Stell die Zehenspitzen auf und schieb dich ausatmend nach hinten oben in deinen Herabschreiten. Heb die Fersen, komm wieder in deinen Vierfüßlerstand, gib Herz und Kopf an, schau nach vorne und geh wieder zurück in deine Knie. Wiederholen wir das dreimal. Einatmen, hochrollen, Zehen aufstellen. Über die Fersen nach hinten oben in deinem Herabschreiten. Und wieder in den Vierfüßlerstand, Knie zum Boden her, zum Kopf heben und zurücksetzen, aus. Und hochrollen, einatmen, ziehen aufstellen, nach hinten oben ausatmen, genieße es. Wieder tief in deinen Vierfüßlerstand ein und zurück ins Kinn, atme aus, lassen Sie einen Step weiter gehen. Komm wieder hoch in deinen Vierfüßlerstand, ziehen aufstellen und nach hinten oben aus. Lauf nach vorne zu deinem geraden Rücken mit zwei oder mehreren Schritten ein und roll hier wieder Wirbel für Wirbel nach oben, bis du stehst. Jetzt ist der Scheitel zum Himmel gerichtet, komm in die Arme über die Seite, einatmen in den Berg und tauch wieder mit viel weichen Gelenken ab in deine Vorbeuge. Gerade Rücken, einatmen, steig mit deinem rechten Bein nach hinten in deinen Sprinter. Kreise jetzt den linken Arm über hinten nach oben ein und vorne tief aus. Mach das noch zweimal. Einatmen hoch, nach vorne tief aus. Einatmen hoch, nach vorne tief aus. Das nächste Mal nehmen wir beim Tiefgehen das Bein mit nach hinten, wieder in deinen Herabschau in den Hund. Bring die Knie zum Boden in deinen Vierfüßlerstand, heb dein Herz und setz dich nach hinten in deine Knie-Posizione. Einatmen, rollen nach oben in den Vierfüßlerstand und in den Herabschau in den Hund. Aus, lauf nach vorne in den Geraden, Rücken ein und rollen nach oben, Wirbel für Wirbel zum Stich. Arm über die Seite in den Berg ein, vorbeuge, ausatmen. Gerader Rücken ein, links nach hinten in den Sprinter, aus. Reiß den rechten Arm, ein, hoch und tief aus. Einatmen hoch und tief. Genieß es, lass dir Zeit. Einatmen hoch und aus. Beim nächsten Mal ausatmen, kommt das Bein von vorne nach hinten in deinen Herabschau in den Hund. Geh in die Knie zum Boden und geh in deine Kind-Position aus. Lass uns noch weitergehen. Wirbel für Wirbel hoch in den Vierfüßler ein, Zehen aufstehen, herabschau in den Hund. Atme aus. Lauf nach vorne in den Geraden, Rücken ein. Und roll Wirbel für Wirbel hoch zum Stich. Lebe die Arme mit der Einatmung in den Berg. Und komm tief, verbinde dich mit der Erde. Lade Rücken ein. Rechtes Bein nach hinten, ausatmen. Und reiß den linken Arm ein. Herabschau in den Hund, atme aus. Schöne Welle nach vorne, in die Planke ein. Komm langsam tief in die Bauchlage. Leg die Fußspitzen oben. Bleib hier einen Moment und fang an, deine Schultern zu kreisen. Und zwar so, wie es dir gut tut. Beide Schultern gleichzeitig oder getrennt voneinander. Wie es dir jetzt am besten tut. Der Riss ist auf der Matte, die Fersen sanft nach außen. Der Gesäß bleibt locker. Dann bleib am höchsten Punkt mit deinen Schultern. Rück den Riss in den Boden. Schambeinkante zum Bauchnabel. Tauch einatmend auf in die Cobra. Und komm wieder tief. Lass die ganze Auflagefläche deiner Hände mit der Matte verbunden. Schambeinkante zum Bauchnabel, Schultern hoch, Cobra ein. Und nach hinten oben wieder in deinen Herabschau in den Hüft. Bring die Knie zum Boden in den Vierfüßlerstand. Einatmen. Zurück ins Kinn. Aus. Eine Welle nach vorne in den Vierfüßler ein. Und herabschau in den Hüft aus. Lauf nach vorne in den geraden Rücken. Atme ein. Langsam Wirbel für Wirbel hoch. Rollen. Aus. Lass die Arme über die Seite ansteigen. Und in die Vorbeuge ausatmen. Pirate Rücken ein. Links nach hinten in den Sprinter aus. Der rechte Arm kreist über hinten nach oben ein. Steig zurück in deinen herabscheuenden Hüft aus. Komm in der Welle nach vorne in die Planke. Atme ein. Und langsam tief durch Spitzen umdrehen. Komm in deine Cobra. Atme ein. Und zurück in den herabschauenden Hund aus. Vierfüßlerstand. Einatmen. Fußspitzen umlegen. Ins Kind. Ausatmen. Bleibe für ein, zwei Atemzüge. Gerne leg die Handflächen unter deine Stirn. Nimm deinen Atem wahr. Nimm deinen Körper wahr. Vielleicht ist es wärmer geworden. Und das war's schon unser kleiner Flow für heute. Wir werden ihn jetzt noch ein paar Runden durchgehen fließen lassen. So, dass es wie das Wasser, so dass du wie das Wasser gut in den Flow kommen kannst. Und beim nächsten Atemzug streckst du deine Arme wieder nach vorne und bereitest dich vor. Fauchst wieder ein in deinen U-Jai-Atmen. Und wir starten jetzt. Einatmen. Komm hoch in den Vierfüßler. Stell die Zehen auf. Herabschauender Hund aus. Lauf nach vorne in den geraden Rücken ein. Und roll nach oben mit der Ausatmen. Arme über die Seite in den Berg. Weich in die Vorbeuge aus. Gerade Rücken ein. Sprint da rechts zurück aus. Reiß den linken Armatme ein. Komm in deinen herabschauenden Hund mit dem vorderen Bein aus. Schöne Welle nach vorne in die Planke ein. Und langsam tief ablegen von Spitzenumrücken. Sag auf. Hebe dein Herz in die Kobra ein. Zurück in den herabschauenden Hund aus. Und die Knie zum Boden in den Vierfüßlerstand ein. Und geh zurück ins Kind. Atme aus. Zweite Seite. Welle nach vorne. Vierfüßler ein. Zurück in den herabschauenden Hund aus. Lauf nach vorne in den geraden Rücken. Und roll Wirbel für Wirbel hoch bis zum Stehen. In den Berg. Atme ein. Und in die Vorbeuge aus. Gerade Rücken ein. Sprint da rechts zurück aus. Links zurück aus. Dankeschön. Armkreis rechts. Atme ein. Und herabschauender Hund. Atme aus. Welle nach vorne. Planke. Langsam tief aus. Hebe dein Herz in die Kobra ein. Und komm wieder zurück in den herabschauenden Hund aus. Und die Knie zum Boden. Atme ein. Und setz dich zurück. Atme aus. Lass uns eine letzte Runde machen. Welle nach vorne in den Vierfüßlerstand. Zurück in den herabschauenden Hund aus. Nach vorne in den geraden Rücken ein. Wirbel für Wirbel hoch rollen aus. In den Berg ein. Vorbeuge aus. Gerade Rücken ein. Und der rechts aus. Armkreis links ein. Verabschauender Hund aus. Welle nach vorne ein. Low Push Down aus. Heine Kobra ein. Zurück in den Hund. Aus. Knie zum Boden ein. Ins Kind. Aus. Einatmen. Vierfüßler. Zurück in den Hund. Aus. Nach vorne. Gerade Rücken ein. Hoch rollen. Aus. Der Berg. Einatmen. Wieder in die Vorbeuge. Aus. Gerade ein. Und Sprinter links. Aus. Kreis den rechten Arm. Herabschauender Hund aus. Welle in die Planke ein. Low Push ablegen aus. Die Kobra ein. Zurück in den Hund. Zurück in den Hund. Aus. Knie zum Boden. Vierfüßler ein. Und setz dich auf deine Fersen. In den Fersensitz. Atme aus. Leck deine Handflächen. so wie es für dich passenlos ab. Und lass den Atem fließen. Wie das Wasser. Ständig und stetig. Ein Kommen und Gehen. Ein Ausdehnen. Ein Zusammenziehen. Bleib verbunden mit deinem Atem. Und so bist du mit dir selbst verbunden. So bist du in deiner Mitte. Und in deiner Mitte ist es still und ruhig. Wie im Auge des Sturms. Wie im Auge des Sturms. Und mit dem nächsten Ausatmen. Beendest du diese kleine Vinyasa Praxis. Bringst deine Handfläche zum Herzen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Unsere kleine Vinyasa Flow Praxis. Wir wünschen dir viel Freude damit. Die Göttlichkeit in mir grüßt, ehrt und achtet. Die Göttlichkeit in dir. Namaste.